Wieso kaufst du dir so billige Controller? Als ob es wirklich jemanden gibt, der für einen Controller bis zu 70 Euro ausgeht. Dieses Ding hat nur 17 Euro gekostet und hat trotzdem schon etliche Expressflüge Richtung Boden überlebt. Wer sich einen Originalen kauft, ist entweder reich oder hat gar keine Ahnung. Ganz klar!